Unser Weltenburger Kellerbier ist jetzt eine naturtrübe Spezialität. Man sieht es glaube ich recht schön. Und diese Trübung, das machen unsere Braumeister so, dass sie das Bier nicht filtrieren werden. Und wenn ich ehrlich bin, dadurch dass die Trübstoffe noch drin bleiben, dann wird das Bier so richtig samtig, weich sozusagen. Und zu dem passt der Fisch genauso wie ein Fleisch. Prost!